Einen schrecklichen Fund musste ein Münchner Hundehalter in der Nähe des Bayerischen Landtages machen. In den Parkanlagen an der Maria Theresias Straße stöberte sein Hund auf dem täglichen Spaziergang die Leiche eines Neugeborenen auf. Es war dann so, dass der Hund in ein Gebüsch lief und länger nicht mehr rauskam. Daraufhin hat der Mann nachgeschaut und hat dann hinter dem Baum eine Plastiktüte gefunden, in der ein Leichnam eines neugeborenen Kindes eingewickelt und hinter dem Baum abgelegt war. Polizei und Gerichtsmedizin machen sich daran, die Umstände des Leichenfundes zu erhellen. Also man kann momentan überhaupt noch nicht sagen, ob es sich um eine Totgeburt gehandelt hat, ob das Kind gelebt hat und nach der Geburt getötet wurde. Das alles muss durch eine Obduktion geklärt werden. Das Neugeborene ist auf dem Weg in die Rechtsmedizin, wo die entsprechenden Untersuchungen dann durchgeführt werden. Dann kann man erst mehr sagen. Dann kann man auch das Geschlecht bestimmen. Das ist momentan auch noch nicht zu klären gewesen hier am Fundort. Die Obduktion des gefundenen Neugeborenen soll nähere Erkenntnisse bringen. Hat das Kind gelebt? War es eine Totgeburt? Ist es unmittelbar nach der Geburt gestorben? Wurde es vielleicht sogar getötet? Das sind alles Sachen, die wir wissen müssen, um dann auch die weitere Sachbearbeitung entsprechend voranzutreiben und entsprechenden Fachleute damit zu beschäftigen.